Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Walking Dead und zwar bin ich jetzt hier mal echt gespannt ob ich da eigentlich rüberkomme zu den Kapseln für den Typen hier oder nicht. Ich suche auf jeden Fall Lösungen danach. Oh, danke. Das ist wirklich sehr süß. Keine Ahnung. Hey, da. Das ist Glenn und ich bin in der Jamm hier. Little girl, wenn du da bist, kannst du dein Vater auf dem Telefon oder auf dem Talkie oder was auch. Das ist Lee. Was ist das? So, ich bin da mit dem Motor Inn und, well, ich bin stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group and a bunch of the Roman ones got to jump on me. I'm lying over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the Motor Inn. Hey Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? Jetzt hängt er noch. Der Typen mit seinem Auto fest. I think Doug's not great around zombies. You've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the Motor Inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Here you go. Thank you. Of course. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. The pills are there. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big, stumpy ones. Yeah, these are my good. Here. I've been finding some stuff to eat. Oh, um, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thank you. Hey, Connie. You ready to head out? You got it. You? Roger. Let's go. Oh, je. Let's get the post up. Oh, je. Oh, je. Get down. Oh. Oh. You look beautiful. Eh. Good man. Oh. Yeah. Oh, je. Oh. 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 Oh, je. Oh, je. Leute! Oh Mann, ich bin glücklich, dass du hier bist. Jesus, Glenn! Versteckt das nicht mal so in der Milchon, aber... ... gut gemacht. Video gemacht. Ich habe es versucht, zu helfen und sie zu helfen, und sie hat es versucht, dass ich mich verletzt. Ich versuchte, dass ich mich nicht verletzt, aber ich habe es nicht. Und dann ist es, wenn alle diese Leute aus der Flüge kamen. Ein paar mal so gut verletzten. Und ich habe es in der Eich-Maschine geliebt. Glücklich, du bist. Jetzt gehen wir. Wir können nicht nur sie weg. Verdammt, wir können. Ihr seid ihr zuzatmierig. Über eine Frau. Ich schaffiere sie. Mit oder ohne dich. Ich denke, ob es du bist. Versteckt das, wenn du dich bist. Wir gehen und schaffieren Glen's damsel in distress. Okay, gehen wir. Hallo Hallo Äh Du kannst da nicht so einfach rumstehen, da darf man nicht Die Axt bräuch ich da hinten, ey Die hole ich für sich mal auf jeden Fall irgendwie zu holen Okay Okay Das ist der Plan Wir wissen nicht, wie hart es wird in dieser Raum Ja, es ist fertig Also wir müssen alle von ihnen in hier Schmerzen Sie immer diese Dinge Jetzt schauen wir mal Okay Da ist ein Pillow Das ist ungefähr so weit wie ich hatte, als es um die Verkaufung kam Ich hätte vielleicht eine Idee für sie Vielleicht haben sie eine Idee Ja Oh Mensch Sie ist etwas Also wir haben diesen da, da oben Wir können auf der RV Wenn wir die Ruhe und unsere Hände liegen Das ist verrückt Das ist verrückt Wir sind ein bisschen schuldig, aber Karne ist weg und wir können nicht so viel benutzen. Ich bin nicht sicher, dass ich sie beide ausfüllen kann, selbst wenn ich ein Weapon habe. Okay. Und ich habe ein Pillow und zwei Schäden. Ein Jahre altes Problem. Und ich habe ein Pillow und zwei Schäden. Ein Jahre altes Problem. Das war dann auch ein paar Gäden wieder. Okay. Wir können das Pick-up schäden. Cool, ich brauche das Teil. Was soll ich machen? 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 Ich glaube, der wird jetzt gleich tot sein. Der Dickeler? Ja. Das ist großartig! Töne aufnahmen sind ein bisschen schlechter vom Spieler, war egal. Ist trotzdem gut. Okay, 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 okay. Ich bin der Druck. Ich bin der Druck. Ich bin der Druck. Ich bin der Druck. Es war schon mal die Idee, jetzt kann ich gleich den Einer unten töten. Dann gehe ich zu den Dicken. Oder irgendwie. Nimm die Angst und schlag die da oben weiter kaputt. Okay, da ist nichts mehr. Gut. Ich will da rüber rennen. Ganz vorsichtig. Ich... So, und jetzt werde ich den Affe da killen. Oh, lecker. Ouch. Und zack, in die Fresse. Ey, du fett, sag du. Das hier hjälpte. Ich bin der Däuer. Ja, was ist das? Ich bin der Däuer. Wo ist das denn? Du bist der Däuer. Das ist ein kranker minutos. Wie muss ich das hier machen? Also, es geht nicht. Das sollte mir helfen. Was ist denn so doof? Geh kaputt! Nimm das! Hallo! Aufmachen Polizei! Hallo in da! Wir sind hier, um zu helfen! Lass uns gehen, Leute! In einem Moment. Wenn Sie öffnen, können Sie Sie sicherer nehmen. Wir haben eine Gruppe in der Stadt! Nein, nein, nein! Sie ist in Probleme! Frau, wir kommen in! Oh! Huch! Ja, ich weiß! Ich hab mich verblickt! Klickt! Das war mir auch klar. So. Ja, warum nicht gleich? Ja, ich weiß! Du bist verletzt. Oh Gott. Ich habe gesagt, bleib weg! Wir brauchen Sie Hilfe! Es ist zu lange für das. Leute, sie hat gebeten. Was? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, geh weg! Ich bin gebeten! Aber Sie würden nicht einfach verlassen! So calm dich. Du kannst dich gut sein. Ich werde nicht gut sein. Mein Freund hat gebeten. Du hast eine Freundin? Du hast eine Freundin? Ich will nicht das! Das ist nicht Christian! Bitte. Ich lasse mich, bitte. Okay. Wir gehen. Just... das ist ja. Du hast eine Auffassung. Ja. Ja. Woah, woah, woah! Dann mach es für mich! Wir müssen gehen. Gib es mir, bitte! Das ist verrückt! Bitte, steig zurück. Es ist nur zwei Sekunden, nur eine Bolle. Und ich kann mit meiner Familie sein und es wird mir helfen. Ja. Zurück, bitte! Krackhaft. Nein, ich werde anrufen. Das ist nur eine SMS. Kann ich gleich gucken. Woah, mach es einfach. Du willst nur helfen. Du kannst nicht. Frau, jetzt einfach relaxe. Du musst das durchführen. Wir finden uns einen Doktor. Es wird okay. Das ist alles einfach... Nein, nein! Nein! Ja, ruhig im Frieden. Mahlzeit. Mann, Aldi! Lass uns raus raus. Hey... Hier sind sie! Komm! Oh, ein Kopfloser. Ein Kopfloser? Hm. Geht du eigentlich gar nicht? Okay. 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 Und da. Okay. 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 Ich bin gut. Das ist gut. Ja, ich denke so. Ich denke so. Being gut ist gut, insofern die Situation. Ja. Ich weiß, dass ich dein Vater nicht, aber wenn du etwas brauchst, ich bin dein Mann, okay? Okay, das gleiche. Du bist mein Mann? Nein, du kennst. Wir werden versuchen, um uns zu beschäftigen. Ja, das Problem. Also, sit tight. Okay. Wie geht's dir, Grint? Du kennst dich. Nach dem Motorrad. Wie kann es so schlecht sein so schnell? Du kennst dich, wenn die Dinge rauskommen, die Leute machen verrückt. Ich denke. Das ist nicht für mich. Ich bin nicht für nichts. Gut, Mann. Gut. Wenigstens einer, der ein bisschen einen Mut schenkt. Warum hast du nicht Carly gesagt, dass du es ihr nur geben würdest? Würdest du es ihr geben würdest? Keine Weise. Dann wirst du, warum. Kennst du die Kombination für das Lock auf dem Garten? Warum? Oh, du kennst. Ich dachte, ich würde meine Leger strecken. Du bist wahrscheinlich besser, wenn du es brauchst. Was ist dein nächstes Mal? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, Sie sind gut. Was ist deine Familie? Ja, ich... Ich weiß nicht. Ich... Vergiss es, Mann. Das ist dein Geschäft. Ich liebe mich, dass ich nichts tun kann. Ich weiß das Gefühl, Mann. Ich versuche, Mann. Ich versuche ein bisschen resten. Ja, genau. Ich versuche, die Batterien für den Tag. Danke. Ich versuche, die Batterien für den Tag. Danke. Ich versuche, Wie geht's? Gut. Wollen wir nach vorne schauen? Wir schauen uns nach vorne. Wir schauen uns nach vorne. Okay. Wollen wir mal ein bisschen gucken. Wollen wir mal ein bisschen gucken. Ein bisschen, äh... Hey, Mann. Was machst du denn? We can't even think about going out there, unless the keys are out there, for sure. Can't reach that brick. Hi, man. What are you doing? We can't even think about going out there, unless the keys are out there, for sure. Hey, man. What are you doing? Wir können nicht mehr darüber nachdenken, ohne dass die Schlüsse rauskommen sind, für sicherlich. Der Mann dort hat die Schlüsse. Wie kann man sicher sein? Ich habe das in der Arbeit gefunden. Der Mann in der Fotos gearbeitet hier. Die Schlüsse zu ihm sind wie gut ein Bett, wie wir können. Ja, ich glaube. Wir müssen einfach nachdenken, wie wir rauskommen und sie holen. Du brauchst nicht lange, oder? Nein, nur noch ein paar Sekunden. Vielleicht gibt es einen Weg, um sie zu holen, um sie zu holen. Ich kann nicht erreichen, dass das Brick. Ich kann das nichts tun mit dem? Nein, ich kann das. Ja. Gut. Es ist universal. Ich kann es programmieren, um mit diesen Telefonnummern zu arbeiten. Ich hoffe, die Kraft ist noch auf. Du kannst das einfach nur tun? Ich würde immer so einen Techniker haben, aber weiß ich nicht. Lass es versuchen. Well fucking done, Doc. All that dope-nonsense might save a life. Hm. Ahhhh. Ey, deine Zunge hängt raus. Auf Fernseh. Auf Fernseh. Ich kann es nicht erreichen. Haben Sie alle versucht, in da und holen Weapons? Ich habe, aber es war zu gefährlich. Und dann ein paar Leute kamen und sie versucht. Und was ist passiert? Ich denke, sie sind die meisten von denen, die sich überlegen. Ja, das ist eine Hechtung von Fortifizierung. Ja, es funktioniert nicht. Was kann ich hier jetzt machen? Ich glaube nicht. Awesome. Gut. Jetzt kann ich die Dinge schlagen. Jetzt kann ich den Siegel schlagen. Ey! Die TV sind auf. Ich bin sicher, dass die Musik hinter dem Glas ist. Das wollte ich machen. Das hast du nur zielen können, ne? Kollege? Jetzt ist die Zeit. Rennen nach oben. Bez Halt. Bez Halt auf dich. Hey, buddy. Ich weiß, was passiert mit Mama und Papa, aber ich weiß, dass wenn du da bist, wir würden für dich sterben. So, ja, ich glaube, dass das was passiert. Hast du ihn noch nicht? Gib mir einen Moment. Ich bin sorry, ich bin nicht hier. Aber du hast dich, um zu beachten, was hilft. Halt die Fresse! Und noch eine Runde. Und noch eine Runde. Und noch eine Runde. Und noch eine Runde. Warum nicht gleich so? Aua. Ja geh rüber und zeig dir euer Schliffel! Aua! 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 Er nimmt die Axt mit, du doof Mann! Mann, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist alles, was wichtig ist. Ich habe die Schlüsse. Great! Gott, du bist großartig! Grazie! Let's get in there! Und wie gesagt, nachher werde ich das große CSGO-Marathon wieder starten. Das heißt, dass ich dann halt wieder Folgen über mehrere Tage aus hochladen werde. Und, ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, ähm, ich würde mich echt freuen, wenn ihr euch das wieder anschauen würdet und so. Und, äh, vielleicht ein Feedback oder so hinterlassen würdet. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt anständig. Sauft nicht so viel heute Abend. Und, äh, genießt noch euer Wochenende. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen. Ciao.